Hi Leute, wir laden euch herzlich ein zu unserer Hochzeit. Eigentlich werden wir die KTM mit dem Motor verheiraten. Und ja, viel Spaß dabei. Willkommen bei Schraube Block Technik! Viel Spaß! Weil wir den Motor gerade draußen haben und es gerade mega einfach geht, euch zu zeigen, wie man Ventilspiel einstellen kann, zeigen wir euch das. Viel Spaß! Im Prinzip demontiere ich jetzt erstmal alle. Erst einmal die Zündkerzen, da brauchen wir jetzt nicht viel Fachwissen dafür. Aha! Und dann einen Ventildeckel, das ist der. Dann müssen wir erst einmal herausfinden, an welchem Zylinder wir gerade arbeiten. Wie machen wir das? Das ist einer von zwei. Einer von zwei! Nein, das ist immer gegenüber der Kraftabgabe. Das sieht man jetzt auf dem Video. Der ist ein bisschen weiter nach drüben versetzt wie der. Hier haben wir die Kupplung, also Kraftabgabe, haben wir hier den ersten Zylinder und mit dem fangen wir jetzt eben auch an. Oh ja! Aber ich muss echt sagen, die ist echt sehr fein verzahnt von HZ. Das muss ich jetzt schon mal sagen. Fühlt sich alles was kaputt, aber die ist echt einfach nur so fein verzahnt. Guter Text! Guter Text! Gut, gut, dass ich mir das jetzt jetzt erst mal gemacht habe, dass ich gerade meine Schraube in Zylinder eingeschwitzen habe. Optimal! Optimal! Die fällt beim ersten Motorrad. Wenn ich jetzt im ersten Lehrjahr war, dann hätte ich das jetzt einfach so lassen und hoffen, dass es keiner werkt. Wenn du dich fragst, warum ich solche Business-Klamotten anhatte oder anhab? Anhatte! 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 Es wird nur die Hochzeit, ich kann mich jetzt dann nicht gleich ausziehen. Geht jetzt am Abend. Nein, ich bin direkt von der Arbeit hierher gekommen und jetzt geht es gleich weiter. Also bei der Arbeit. Ich bin noch kein Vollzeitinfluencer. Ich darf da bleiben, aber ich kann gar nicht so viel dazu erklären. Ich bin ja extra bei dir wegen Zweigadtechnik. Genau, dass du dies auch mal lernst. Weil Zweigadtechnik hat mich persönlich interessiert und ich glaube euch auch. Und deswegen arbeite ich mit Nandi zusammen. Der das sehr gut erklären kann. Der das sehr gut erklären kann, der auch eine eigene Motorradwerkstelle hat. Übrigens, KTM, Vertragshändler. Und deswegen sind wir bei ihm, damit wir Motorraddecken. Bei der falschen Duss. Bei der falschen Duss. Ja, im Prinzip drehe ich jetzt einen Motor auf dem OT. Das finden wir jetzt heraus. Wo ist die Markierung? Hier oben an der Nockenwelle. Das ist jetzt praktisch. Jetzt drehen wir den Motor. Jetzt wird der Städter nämlich schief. Jetzt kenne ich mich selber. Nehmen wir aus. Jetzt hört man den Anlasser. Also drehe ich in die falsche Richtung. Immer gegen den Uhrzeigersinn. Wir haben ein Problem. Mach drüben nur die Zündkerzen raus. Sonst drehen wir ich nämlich einen Teppich. Das ist aber so viel Kompression oder was? Ja, so ist. Brutto. Brutto. Fast 1000 Kubik, ne? Fast 1000? Nein, fast 1000 Kubik auf einem Zylinder. Aber das stimmt. Nein, das stimmt nicht. 700. Jetzt hast du die verrechnet 600. Nachdem wir jetzt die Zündkerzen beim zweiten Zylinder entfernt haben. Übrigens. Vier Zündkerzen auf zwei Zylinder. Das haben wir im ersten Video schon vor ewig, dass ich sehr viel Geld verdiene, wenn die Zündkerzen verkauft. Das ist immer so. Jetzt haben wir die Markierung da. Da sieht man, da ist die erste von der Auslassnockenwelle. Und dann kommt die zweite von der Einlassnockenwelle, bündig mit dem Gehäuse. Das sieht man dann auch wunderschön am Nocken, dass er eben nicht betätigt ist. Dass er die Kipphebel nicht betätigt. Und somit bin ich auf meinem oberen Totpunkt und kann mein Ventilspiel anschauen. Warum darf mein Motor nur in eine Richtung drehen? Das bin mir immer scheißegal, ich drehe in alle Richtungen. Aber warum lernt man es in der Schule? Natürlich ist es scheißegal, aber warum lernt man es in der Schule? Damit meine Prüfung auch besteht. Ist das dein Ernst? Ich wollte jetzt etwas lehrreiches mitgeben. Ich habe schon etwas lehrreiches mitgegeben. Es ist im Prinzip scheißegal, du musst es für die Prüfung halt wissen. Und der Grund ist, weil es sein könnte, dass die Steuerkette überspringt, weil du einen Steuerkettenspanner betätigst. Das ist mir in elf Jahren noch nie passiert und ich habe es immer ausprobiert. Den E-Mail-Verkehr drum. Nein. In der Prüfung habe ich es richtig gemacht. Gut, dann habe ich mir schon etwas vorbereitet. Das kurz erklärt. Das ist praktisch Zylinder 1. Einlass 1, 2. Ich habe zwei Ventile. Auslass 1, 2. Ich habe auch zwei Ventile. Oben Auslass soll 25 bis 30 und Einlass 10 bis 15. Also Millimeter 0,25 Millimeter bis 0,30 Millimeter. Aber das sind halt die Nummern, die auf der Einstellstelle sind. Genau. Deswegen schreibe ich es mir hier einfach auf. Und dann beim Einlass fange ich jetzt zum Beispiel an. Ich habe einen Zehner. Ich fahre jetzt beim Einlass. Einmal zwischen Nocken und Kipphebel. Flutscht einwandfrei durch. Ohne Probleme. Das war der erste. Jetzt sind wir beim ersten. Das war der zweite. Einwandfrei ohne Probleme. Dann gehe ich gleich auf 15. Dann schauen wir bei 15. Habe ich keine Chance, dass ich ihn rein kriege. Optimal. Wäre auch problematisch, weil der Motor erst 2000 Kilometer oben hat. Das wäre schon grob, wenn da etwas fehlen würde. Dann nehme ich zur Überprüfung noch einen 12. Dann schaue ich, dass ich ungefähr sagen kann, wo ich bin. Der geht jetzt auch noch ziemlich leicht durch. Also bin ich ungefähr bei 13 oder 14. Brauche ich jetzt nicht genauer definieren, da ich es nicht einstellen muss. Ich habe auf alle Fälle jetzt ein Hähnchen. Passt bei Einlass eins. Und zwei. Das heißt, ich muss es nicht genauer definieren. Weil sonst, wenn ich es genauer definiere, dann brauche ich es zum Einstellen, dass ich die Schirms vermessen kann. Aber ich glaube, das zählen wir dann auch noch, dass wir die Schirms herzen können, wie das funktioniert. Machen wir den Auslass noch im Schnelldurchlauf mit dem 25er. Das zahlt er praktisch Minimum. Das flutscht richtig schön durch. Also da muss ich jetzt nicht ziehen, da muss ich mich nicht anstrengen. Das geht einwandfrei. Und dann mit dem 30er habe ich keine Chance, dass ich reinkomme, ohne dass ich mir meine Fühler leere. Also, ich habe eine Chance, dass ich reinkomme, indem ich das Ventil nach unten drücke. Aber es ist halt dann sinnfrei. Es ist halt dann sinnfrei. Du musst einfach nur voll reinstecken. Dann kommst du mit jedem Plättchen dann durch. Dann kriegst du einen Millimeter durch. Ja. Oh nein. Machen wir jetzt praktisch, blockieren wir einen Motor. Das sollte man dann nicht vergessen. Das macht der Motor dann schon von selber. Das macht der Motor dann von selber. Ich habe es mal bei einem 2 Liter TDI vergessen, die Kack-Sperre. Scheiße. Die Scheißen. Die Schraube ist ja gleich weg, aber der Rest, was drinnen bleibt, ist vielleicht schlecht. Für jeden, der es nicht weiß, wir blockieren jetzt praktisch die Kurbelwelle. Da ist in der Kurbelwelle eine Aussparung drinnen. Und mit der... Und wieso machen wir das? Wenn ich die Nockenwellenbrücke runterbaue und auch die Nockenwellen ausbaue, dass ich die Kurbelwelle nicht verdrehen kann in diesem Zusammenhang. Weil das wäre natürlich schlecht, weil sonst die Steuerzeiten nicht mehr passen. Wie aus dem Lehrbuch. Hm. Genau. Und dann können wir eine Steuerkettenspanne entfernen. Genau. Legen wir einmal an. Da geht ein Spanner raus. Wie nennt man einen toten Spanner? Der ist weg vom Fenster. Das muss ich den ganzen Tag aushalten. Dann drehen wir den Motor nochmal durch. Natürlich nicht. Wir müssen die Nockenwellenbrücke abnehmen. Ja, nehmen wir einen Marsch. Ja, aber Hubraum ist nur durch Hilfe zu ersetzen. Mehr. Mehr Hubraum. Mehr! Und dann können wir die Brücke ab. Geil! Da haben wir Passstifte drin. Passen wir auf, dass wir es am besten nicht in den Motor werfen. Warum nicht? Da haben wir Passstifte. Das sind die Ölbohrungen. Sieht man jetzt auch wunderschön. Praktisch, dass die Nockenwelle geschmiert wird. Optimal. Dann... Nockenwellenbrücke. Dann können wir die Nockenwelle ausbauen. Da haben wir nur mal einen Auslass aus. Also einen Einlass mal drinnen. Das wir jetzt einfach mal verdrehen. Weil es egal ist. Und wenn ihr jetzt beide ausbauen würdet, dass ihr es wieder findet, welche welche ist. Muss ich kurz suchen. Dann haben wir... Ein Brubli. Ein Brubli. Ein Brubli. Normalerweise In und Ex. Also das ist die Ex. Aber... Wir haben keine In. Wenn es die Ex ist, würde ich sie nicht mehr einbauen. Wenn ich sie wegschmeiße. Dann verdrehen wir das erstmal schön hier. Na? 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 Verdrehen ist ja egal. Na? Okay? Kann er euch nicht zeigen. Dann können wir euch jetzt keine Markierung zeigen. Dann können wir euch jetzt keine Markierung zeigen. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir einen Motorschaden. Aber wir bauen das dann wieder zusammen. Und dann wird uns der Motor schon verraten, ob die Nockenwelle wirklich richtig steht. Siehst du, wie das liegt angeht. Dann haben wir da unseren Kipphebel. Da. Kann man da nach oben klappen. Dann haben wir da unseren Schimm. Ich habe vorher auch schon irgendwo meinen Magneten gehabt. Dann kann ich meinen Schimm rausnehmen. Das ist praktisch mein Einstellblättchen. Das ist praktisch das Oberteil vom Ventil. Weil ob man sich das jetzt so vorstellen kann. Boah, wie süß die ausschauen, man. Die sind richtig putzig. Ja? Ja, normalerweise hast du solche Teller. Was hat es denn für Ursachen, wenn das Ventilspiel zu klein oder zu groß ist? Ja, zu klein. Dann ist das Ventil dauerhaft geöffnet. Dann glüht es ab. Geil. Ja, dann wird es zu heiß und glüht die ab. Hatsam. Und er hat so großes Spiel. Hat an und für sich erst einmal keine Auswirkungen. Außer, dass du es wahrscheinlich zuerst einmal klappern hörst. Und im Endeffekt verstehst du halt deine Steuerzeiten. Weil es zu bad. Er läuft wie Scheiße. Scheißen. Um das Fachmännisch zu entlernen. Danke. Lerne mit Schrauberblock. Okay, jetzt habe ich nur ein Ventil gefunden, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Praktisch jetzt dein Zylinderkopf. Da ist das Ventil so eingebaut von unten. Dichtet praktisch am Zylinderkopf ab. Und wo wir meinen Schirm runter nehmen, ist da oben eben. Was man da sehr gut sieht. Und mit dem stellst du halt dein Ventilspiel ein. Dass das halt einfach nicht so gering und nicht so hoch ist. Die Fehler haben wir ja schon erklärt. Aber dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, wie das funktioniert. Da ich am Anfang, da ich jetzt nicht so lange herumsuchen muss, habe ich mir da mit dem Edding gleich eine Markierung gemacht. Dann brauche ich nicht lange herumsuchen, bis ich wieder die richtige Steuerzeit eingestellt habe. So, und dann sollte das passen. Jaaaa, jetzt passt's. Erst wenn der Steuerketenspanner drin ist, muss es passen. Weil wir haben ja einen Motor blockiert. Und unten kann sich nichts drehen. Wenn es hier oben dann passt, dann passt es. Ich stehe auf Überraschungen. Wer sich dreht oder nicht, erfahre mir, wenn er jetzt verheiratet ist. Der Motor drin ist. So, das war unsere Hochzeit. Danke fürs Reinschalten. Jetzt gehen wir noch ins Weinstiebel. Jetzt gehen wir noch ins Weinstiebel. Und das nächste Video, wir werden das ganze Teil komplett zusammenbauen. Lasst Lavo da, folgt uns. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet. Danke. Kommen wir noch ins Das ist echt schwer. Der Motor. Ich hoffe, das war das Zander. Ich hoffe, dass ich einen Aufmerksamkeitsfaktors habe. Vielen Dank.